Was sind seine Pläne? Falco Ochsenknechts, 37. Fans müssen zurzeit ganz stark sein, denn der Berlin-Tag-Nacht-Star war in dieser Woche zum letzten Mal in der beliebten Daily zu sehen. In die Rolle des Ole schlüpfte Falco bereits 2011 zum ersten Mal, jetzt müssen die Zuschauer erst einmal auf seine verplante Art verzichten. Doch wie geht es nun für den Darsteller weiter? Promiflash verriet Falco, was er als nächstes vorhat. Er habe zwei Standbeine, auf die er sich nun konzentrieren wolle, erzählte Falco im Gespräch mit Promiflash. Ich streame im Internet, das möchte ich weiterhin beibehalten. Auch Musik möchte ich weitermachen. Vor allem auf TikTok möchte er künftig aktiver werden. Was genau ich dort machen werde, weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe jetzt ja erstmal genug Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Dass er irgendwann wieder für Berlin, Tag-Nacht vor der Kamera steht, schloss Falco nicht ganz aus. Immerhin ist seine Rolle Ole bloß nach Mallorca gezogen. Wir sind so verblieben, dass man mir gesagt hat, wenn ich wieder möchte, soll ich mich melden. Es muss aber natürlich in die Story passen. Ganz müssen seine Fans die Hoffnung also noch nicht aufgeben. Bis zum nächsten Mal 완전 schon weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 五 מס Jahr wenn sie jetzt hier dive in. Bis zum nächsten Mal. quiz zum nächsten Mal. cabinечно. Vielen Dank.